Puh. Du, Ellen, ich komm gerade aus der Pili-Bili-Thek. Aus der Bibliothek. Ja, genau. Also, nee, was muss ich sagen? Diese Geißlein, die sind stroh-dumm, sag ich dir. Welche Geißlein? Na, die in dem Märchen drin, wo der Wolf kommt und die Stimme verstellt. Ach so, ja. Wieso sind die dumm? Vielleicht sind die einfach nur noch ein bisschen jung und unerfahren, ne? Nee, nee. Die hätten doch zur Hintertür rausgehen und einmal um die Ecke gucken können, ne? Dann hätten sie doch sofort gesehen, dass das der olle Wolf ist, der da zur Tür einwill, ne? Ja, vielleicht gab's ja keine Hintertür.